Hey, willkommen in Modul 1 des Selbstlernkurses Bruchrechnung, was ist das? In diesem Modul werde ich dir zuerst einmal zeigen, was Brüche überhaupt sind und wo wir ihnen in unserem täglichen Leben begegnen. Ich werde dir erklären, was es mit diesem seltsamen Bruchstrich auf sich hat und wie du Bruchzahlen bei der Beschreibung von Mengen nutzen kannst. Okay, los geht's mit Modul 1.1. Was sind Brüche und wo finden wir sie? Schau dir jetzt das Video in Abschnitt 1.1 an. Viel Spaß!